Hallo, ich bin die Nadine und ich komme aus Niederbayern. Ich habe diese Nacht das Mähbett getestet und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Also als ich gewusst habe, das Mähbett ist jetzt bei mir und ich kann es jetzt aktivieren, war das irgendwie schon ein anderes Gefühl. Und als ich dann abends ins Bett ging und das Mähbett aktivierte, habe ich gleich gespürt, dass da irgendwas in Gang ist. Also es war ein Kribbeln, es war Wärme, es war einfach ein wohltuendes Gefühl im ganzen Körper. Und als ich dann den Scan durchgeführt habe und in meine Schilddrüse geschickt habe, wo ich Probleme habe seit meinen zwei Schwangerschaften, ist einfach die Schilddrüse nicht so in Ordnung. Und als der Scan über die Schilddrüse drüber gegangen ist, war das so ein Druck. Also als wenn jemand reindrücken würde und dann wieder loslässt und wieder reindrückt und wieder loslässt. Und ja, dann war das einfach alles leichter im ganzen Hals. Es war gigantisch. Und dann bin ich weiter runter zu meinem Magen-Darm-Bereich und der ist seit Jahren eigentlich nicht so intakt. Genau. Und da war dann einfach auch wieder das Kribbeln da und einfach Entspannung für meinen Bauch. Genau. Und danach bin ich leider eingeschlafen, habe natürlich das Gännis weitergelaufen und heute früh bin ich aufgewacht und es war toll. Also ich bin im Bett gelegen und denke mir, boah, alles so leicht. Der ganze Körper ist so leicht, die Schultern sind entlastet, meine Beine sind so leicht. Es war ja alles so unbeschwert, so leicht, so einfach. Und auch von den Gedanken her, mir ist jetzt immer schwergefallen, dass ich mir meinen beiden Kindern, wenn es kalt draußen ist, einmal so, okay, ich ziehe jetzt meine Kinder an, ich gehe jetzt raus, alles gut. Ja, genau. Und jetzt haben wir das gemacht und es war wirklich, wirklich schön. Alles ohne Stress, einfach ganz gemütlich. Ja. Und vorher war das immer so hektisch, so nervig eigentlich, dass man zwei kleine Kinder anziehen muss, dass man rausgeht. Dann halten sie sie nicht still und dann war ich genervt, aber das ist heute einfach, einfach toll. Genau. Und ansonsten, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich kann es auf alle Fälle empfehlen, zumindest diesen Test mal durchzuführen und dann vielleicht sogar dieses Bild zu kaufen. Ja, in diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss.